Grizzlies on me! Grizzlies on three! One, two, three! Grizzlies! Harte Jungs, harter Sport und für Marcel Grabas noch viel mehr. Das ist Bruderlichkeit, Freundschaft, Loyalität, Zusammenhalt. Werte, die dem 26-Jährigen heute alles bedeuten. Das versteht man, wenn man Marcells Geschichte kennt. Denn dass er heute so selbstverständlich mit seinen Hannover Grizzlies auf dem Feld steht, war lange Zeit undenkbar. Mit gerade einmal acht Jahren erleidet Marcel einen Schlaganfall. Aus dem Nichts und ohne Ankündigung. Da bin ich aufgestanden zu meinen Eltern, habe mich hingelegt. Und auf einmal bekam ich sehr starke Kopfschmerzen, dass ich schreien musste. Und bin dann vom Bett runtergefallen und auch, ich glaube, ein bisschen so weiter gekrabbelt oder so. Und dann war ich weg, also ohnmächtig. Seine Mutter erinnert sich so an den 1. November 2005. Ich sagte, Mama, ich kann die nicht hören, ich kann die nicht sehen. Und hat schreckliche Kopfschmerzen gehabt. Und dann von diesen Kopfschmerzen ist er ohnmächtig geworden. Und ich wusste erst mal nicht, was ist los. Ich habe ihn gerufen, gerufen, aber er hat nicht reagiert. Marcell kommt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er wird stundenlang am Kopf operiert und liegt anschließend drei Wochen im Koma. Von der Diagnose Schlaganfall ist die Familie geschockt. Marcell ist rechtzeitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen. Wenn das Sprachzentrum zerstört ist, das ist ja links, dann hat man keine Muttersprache mehr. Sprechen und Laufen muss der kleine Junge neu lernen. Es folgen Reha und jahrelange Ergo- und Sprachtherapie. In der Schule kommt er nicht mehr mit und ist heute noch körperlich eingeschränkt. Ich sehe alles doppelt. Ich darf auf dem Grund auch im Moment keinen Führerschein machen. Und anders auch etwas das Sprechen, Satzbau. Das war am Anfang meiner Schlaganfall noch viel schlimmer. Jetzt schon besser geworden. In der Schule wird Marcell gehänselt, fühlt sich klein und ausgeschlossen. Bis er vor acht Jahren zufällig zum American Football kommt. Zweimal besucht er das Probetraining. Dann weiß er, dass er seinen Sport gefunden hat. Weil er beim Football einen Helm trägt, geben die Ärzte grünes Licht. Marcell blüht auf, wird selbstbewusst und findet viele neue Freunde unter seinen Teamkollegen. Der Sport gibt ihm halt sehr, sehr viel Kraft. Auch außerhalb des Platzes macht er viel. Teamabende organisieren, Fahrten. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so diesen Sport lebt. Das ist der herzlichste und geilste Typ, den ich jemals kennengelernt habe. Also wirklich. Er ist ja einfach der Beste. Wirklich. Komm her, Buddy. Wir beide in der Mitte. Wir rocken das Ding heute. Und sie rocken richtig. Die Hannover Grizzlies spielen mittlerweile in der Regionalliga. Vor einigen Jahren werden sie Landesligameister. Ein Moment, den Marcell nie vergessen wird. Es war schon wirklich ein unglaubliches Gefühl, das zu gewinnen. Wir lagen erst mal zurück zur Halbzeit. Und dann hat der Headcoach uns der Rede gehalten, dass die andere Mannschaft schon feiert. Und genau das war schon der Antrieb, dass wir gewinnen. Und als der Signal kam, wir haben gewonnen, konnte ich das nicht fassen. Das war zwar die sechste Liga, aber es hat sich angefühlt wie das Super Bowl. War ein unglaubliches Gefühl. Heute hat Marcell einen Schulabschluss und einen Job in der Produktion eines Autozulieferers. Im Sommer möchte er sich seine Augenfehlstellung operativ korrigieren lassen. Und er will zu Hause ausziehen. Dass er auf eigenen Füßen stehen kann, hat er nicht nur auf dem Footballfeld längst bewiesen. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da. Und dann lasst uns ja auch passiv dazu. Und dann die Eiekhoferer. Und dann in der Käls. Und dann, wenn man da Sönn zääbricht, und dann das und dann, wie du bei der Käls Sedan bist. Und dann auch die Eiekhoferer. Und dann, wie du da bist. Und dann, wie du da bist. Und dann soll das. Vielen Dank.